Tag zusammen und willkommen zu... World of Warcraft Jetzt fängt der Daumen schon wieder an World of Warcraft, together mit Martin und Tobi Hi Wunder Oh du bist ja wursa Tobi schlägt Also, ich bin ein... Ähm... Nein, ein Taurenpriester bin ich Und Tobi ist ein... Taurenmönch Und Martin ist ein... Schwuler Blutelf Ich seh Boah, Magier So, wir nehmen die erste Quest an Wir questen mit Levelrüstung Also wir haben eine Brust und eine Schulter und eine Waffe Außer Tobi Wir haben Tobi außerdem die falsche Waffe gekauft Ja, ich krieg jetzt noch die andere Gip Ja, hab ich jetzt nicht Ich hätte aber vorher gucken müssen wegen meinem Pferd Ich muss noch Gold fahren Ich hab kein Gold mehr jetzt Wegen was? Pferd? Ja, also mein Reitier Mein Gaul Wie heißt das Ding? Schneller Frühlingsreiter Genau Ich hab voll eben nichts gehört Äh, jedenfalls wir questen jetzt von Level 1 bis Level 90 Hoffentlich Nein Und zwar ähm... Ja, und questen nicht nur Wir machen auch Dungeons und so Hauptsäglich Innies Vielleicht auch ein Battleground Ja, ähnliches können wir ja erst Level 15 leider machen So was müssen wir ja jetzt machen hier Hat der grad Heil gesagt? Nein Wir müssen schäckige Eber töten Boah Ich hab eckige gelesen Sechs Stück eckige Eber Ich will jetzt eigentlich aufgehen, ne? Ja mach Okay Also ich spiel Heiler Und Martin und Tobi spielen DD Also Martin muss ja DD Ich kann ja nix anderes spielen Doch Ist der Magier Ich kann versuchen zu tanken Aber ich glaub nicht, dass das was wird Guck mal wie geil, dass die das gemacht haben Dass die uns extra hier Die eingesperrt haben, ne? Damit die nicht weglaufen können Schön So, wir sind fertig Abgeben 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 Ja, wir spielen auf der Horde-Seite Weil Martin und Tobi haben hier noch nicht so viel gemacht, glaub ich auf der Horde-Seite, ne? Gar nichts Oder gar nichts Oder gar nichts, ja Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir spielen über Horde Ich hab ja schon alle Quests quasi schon gemacht Auf jeden Fall kenn ich von jeder Rasse die Startquests Von jeder Rasse bei Allianz und von jeder Rasse bei der Horde GZ Bist du jetzt Level 3? 2 Loll Hier ist noch ne Quest Ich glaub für den sollen wir Äpfel Kaktusäpfel Wow, voll gespoilert, Alter Kaktusäpfel selber suchen Mann Ich kenn die Quests alle Alle Also wir brauchen jetzt Kaktusäpfel und wir müssen Speer der Nordwacht töten Die Quest ist relativ neu, die kannte ich damals noch nicht Ja Hier oben sind die Speer, die sind alle so halb unsichtbar Ja Hab schon zwei Loll, die sind der One-Hit Was, spoilern wir nicht Arbeit, Arbeit, Arbeit Ich töte die Speer und ihr holt die Äpfel Ja Aber die Äpfel zählen nicht für mich mit, ich muss extra nochmal looten Ich will mit hier Aber hier gibt's auch Äpfel Tobi darf wieder komplett woanders Wie immer Wie immer Ich will ja was sammeln Ja, du Wir sind weg, wenn ja looten Wie immer Ja, vor allem können wir ja nicht zusammen sammeln, ne Es sind ja nur zwei Äpfel hier in dem ganzen Level Normal Alter In dem ganzen Spiel Normal Alter In dem ganzen Spiel Ey, warum stimmt der nicht? So die Level 1 ist immer nett Ich glaub ich hatte grad voll den Leck Ja, ich hab Diablo eigentlich schon fertig gelandet normal Also darf ich gar keinen Leck haben Ja, ein Leck sagt er Ist so Mh, ein Leck Ach, wir müssen auch looten, ne Also wir müssen aber nicht, aber wär schon cool Ne Wo bist du nun mal? Sooo fettig Achso meine, äh, meine Mods zum, ähm, muss ich auch noch erklären Bevor die ersten Fragen, falls Fragen kommen Von meinen einen Zuschauer Der wissen will, was ich für eine Mods hab Das hier ist Heal-Bot Das brauch ich zum Heilen Also brauch ich nicht, aber benutze ich halt gern Tja, ohne kannst du nicht, kack genug Äh, das ganze Interface ist 11 UI Könnt ihr danach googeln Und äh Kannst du auch in die Beschreibung machen, bitte? Ja, mach ich Ja, komm Und äh, brauchst du eine Äpfel, Martin? Ja, zwei Stück noch Ich brauch noch vier Weil die können halt überall sein Ey, was hab ich noch für Mods? Heal-Bot, 11 UI Ja, paar Kleinigkeiten, die werde ich dann Darauf komm ich dann, wenn ich's brauch Also ich spiel immer mit Mods Ich kann nicht ohne Bist ne Modruge Was? Bist ne Modruge Ja Damals in meiner Gilde haben sie immer gesagt Der Mod-Mensch Mod-Mensch? Mensch Da gab's noch keine Mönche In meiner Gilde damals Das ist schon lange her Das ist schon Da sah ich auch noch ganz anders aus, Leute Da war der noch voll jung Da war ich noch im Boden meines Vaters Ne, das glaub ich nicht Da hab ich, glaub ich, noch kein WoW gespielt Da gab's, glaub ich, noch gar kein WoW WoW gibt's ja erst seit 2005, glaub ich Vier Vier Richtig Äh, aber in Europa erst seit 2005 Bist cool Bist cool Bist cool Ja, ich weiß nicht Komm ich da durch Ja Ich hab die Quest jetzt schon abgegeben, ne? Ja warte mal, ich geb ja jetzt auch ab Ne Ich bin hier ein dicker Taure, der ist nicht so schlimm Ey, zink fett Hab ich eigentlich schon ein Skill bekommen? Ne Erst mit Stufe 3 Also gleich Bist du schon wieder leveled up, Martin? Ja Das blöde ist, bei ähm Bei Heal-Bot Kann ich nicht mit Maus oversehen, welches Level ihr seid Was macht ihr denn da? Mach mal nen Kuss mit dem Schon so richtig weh, warum isst du da was? Ja, Tobi ist wieder am Fressen, fette Sau Der auch bestimmt aus Oh, 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 oh Oh Ich hab den Apfel gekürzt Raus damit Wann passieren Level up Jetzt zählst Jetzt hab ich meinen zweiten Skill Ich hab den ja Toll Kannst du immer noch nicht dein Pet holen Was für ein Pet, alter Bist du nicht froh Achso, du kannst erst ab Level 10 dein Pet holen Wenn du Frostmagier spielst Was sollen wir jetzt machen? Hast du die Pia und sollen wir aufwecken? Ja, mir egal Kannst du machen wie du willst Jetzt wär ja eh zu dritt Ich finde die alle nicht Wenn man alleine spielt Wenn man alleine spielt, ist Frostmagier halt besser Aufwecken? Ja, anklicken und dann mit diesem Stab, den ihr als Bestitem habt Alles Teilt sich Und die Dings müssen wir töten Die Skorpide Bzw. wir brauchen die Schwänze Bzw. wir brauchen die Schwänze Was haben wir eigentlich für einen Loot eingestellt? Three for all? Genau, genau Mhm Ja Ja Schon zwei Oh, dann vergesse ich eigentlich Schattenwort, äh, Dings Wer ist das? Schattenwort Schmerz Also alle schlafenden Peons müsst ihr aufwecken, ne? Sind alle schon wach Warum ist Tobi jetzt schon wieder weg von unten? Also guck mal, wo der ist Einer fehlt noch Ja, ich versteh auch nicht, warum er das immer macht Weil alle schon wach sind Ich hab alle hier abgeklappert Ja, dann lauf doch mit uns mit Hier war doch doch eben gerade einer Ja, was bringt das, wenn Drei Leute auf einen gehen? Ja, wir müssen aber auch die Skorpiden töten, ne? Da kannst du ihn looten Kaku bringt das Du musst ja die Skorpiden looten Die wir hier alle töten Zwei Stück, boah Zwei Stück erst? Hab ich grad bekommen, muss sein Hä? Hm? Ja, weil Tobi bestimmt nicht hier war Ich hab jetzt schon insgesamt sechs Ich auch Hier ist noch ein schlafender Peon, das ist der letzte Jawolle Alles klar Bam! Wir arbeiten, du faule Schwein Arbeit, Arbeit Hat er nicht gesagt Doch So, der hat sich Skorpiden Hier Jao Ey, ich spring mal nicht im Weg rum, ich will den markieren Doch Einen brauche ich noch Voll weggekriddelt, ey Hab ich eigentlich V an? Ich glaub nicht Jetzt hab ich V an So, wir sind fertig Tobi Tobi Er hatte ich eigentlich schon gesagt, dass Tobi Mönch ist, ja, hab ich gesagt Na, wenn? Doch Hab ich So Spannend Mhm Hm Hm Ist doch schön, meine Kleine Runde WoW abends Aber, was ist heute Montag, ne? Kleine Jo So Nice Montag Abend Zwei Stunden Zeit haben wir noch Mal hin Hat er mehr? Ja, so lange kann ich eh nicht am Stück aufnehmen, ich muss meine Festplatte erstmal freiräumen, ich muss bändern Ja Ja, stell dich doch mal in den Typen rein, Mann Stell dich doch mal davor, ey Heute auch mal ein bisschen rum, alter Hose Hose Ich hab ja vergessen, Hose anzuziehen Ich hatte gar keine Hose an Hihi So traut er sich auf die Straße Genau Ich bin ein Tau Power Power Ich bin ein Tau Tau Kraft und Ehre Tau 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 Da hättest du quescht Ja, 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 ja Boah, scheiß Troll So sollen wir jetzt üble Famillare töten Und Wie geht's denn so, Mann Findet Hanna Ah ja Ah ja, versteh Alter, ist ja schon voll weit Warte, rennt man nicht so Doch Nein Doch Mit Level 5 kriege ich Machtwort Schild endlich Doch Sind die gefährlichen Viecher nicht mehr so gefährlich Diese ganzen Schweine hier Die Level 2 Schweine Mann, die machen mir so auer Ja, ne Warst du nochmal zuerst? Äh, ist beides auf dem Weg Ja, die Quest Das eine ist abgeben Abgeben Ja, die Alte sitzt hier Hinten Hä? Guck mal auf die Map, Alter Ja, die sitzt hier in der Nähe Wenn du nach links gehst Ja Ja, lass erstmal die Quest machen Ja, ja, ok Ist eigentlich wusste, was wir zuerst machen Ne, Quest Nein Gehst du 15% mehr XP Ach so? Hm? Wusstest du nicht, ne? Boah, jetzt hat er schon wieder Level ab, ey Ich bin jetzt erst Level 4 Ja, ich bin Level 3 Ja, ich bin Level 3 Rat mal rum Tobi, rat mal rum Ich brauch nur Schattenwort tot machen Heißt du tot? Schmerz Jetzt hab ich schon zum zweiten Mal geguckt, dass es Schmerz heißt Schmerz Ja doch Ne, ah doch stimmt Sieht doch gar nichts, Alter, ich hab die immer an Bei mir schon Die stört halt irgendwie voll, wir müssen mal auf TS umsteigen, Alter Sind fertig, nein Doch Nein Und du brauchst dein neues Mikro, ne? Jo Hast du schon bestellt? Ne Weil da erst bis das Geld vom anderen Headset da ist Martin kriegt dein ganz schönes Headset Heißt du? Dasselbe wie ich Und zwar von der besten Firma auf der ganzen Welt McDonalds Meine Mutter war heute einkaufen, ne? Dann sagt sie so Soll ich dir Cola mitbringen? Ich so Wo gehst du nur einkaufen? Bei Aldi So, ne Ich will keine Cola von Aldi Dann sagt sie, die haben Coca-Cola Boah, abgehoben Dann sagt sie, die haben Coca-Cola Ich so, ja Abgehoben Normal Scheiße Die hat ne Quest für uns Die alte Relaxvoll Ja, wegen Skype Äh, ich kann die nicht annehmen Äh, warum nicht? Wieso kannst du dich annehmen? Äh, der hat die automatisch angenommen, oder? Naja, die ersten Quest werden immer automatisch angenommen Das ist dir gar nicht aufgefallen Was macht ihr jetzt? Ninge Abbauen Wir müssen hier einen Boss töten, Mann Einen Boss Also bis jetzt wäre die untöten Quest-Reihe cooler Labert man nicht Doch Labert man nicht immer so eine heiße Martin Also ehrlich Warte, Alter, Tobi Tobi Bei dem Zitan Der ist gelb Scheiße Wo ist denn der? Was ist da? Ach da, Leute Der ist ja gelb Der ist ja gelb Jaup Der war mal rot Getötet Ja komm Na gucken wir sie Wir müssen Power questen, Alter Wir müssen Power Indies machen mit 15, Alter Ja, normal, instant Warten wir mal die Level-Rüstung dafür an, noch? Na klar Hä? Denkst du wir ziehen Denkst du wir ziehen Denkst du wir ziehen die aus, oder was? Nein Na die geht eh nur bis 60 Ja, nur Außerdem kannst du dir ja, wenn du schon vorher ein Char auf 90 bringst, schon mal höher leveln Ich bräuchte jetzt 2000 Gold um die nächste Rüstung auf Level 90 zu rüsten Hm 2000 Gold kostet das, wenn man Level 90 ist Pro Rüstungsteil Und pro Waffe Und da kann man glaube ich mal von 90 auf 100 aufrüsten Und da kann man quasi bis 100 die Level-Rüstung benutzen, die App-Stücke Es gibt ja auch Schmuckstücke, ne habt ihr die schon gesehen? Die sind ganz schön OP, Alter Ja Da gibt's ein Schmuckstück, das du fast instant geheilt, äh voll geheilt wirst, wenn du einen Mob tötest Mokta 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 hat sie gesagt Mokta hat sie gesagt Das heißt, du hast dir guten Tag, du Schuhe-Sau Die meinte nämlich dich Saub, saub Ja Ja Boah Das ist clever Ach Quatsch, ich wollte doch B Ich hab ein paar Armschienen und ein paar Schuhe Schuhe Schöne Schuhe hört man da, ne Ähm Ja, vor allem, wir sind Tauchung, wir haben gar keine Schuhe an Ja, das mein ich ja Wir sollen jetzt die Tassrils Hacke und Teufelspirscher töten Ich stell dich einfach auf die Schuhe drauf und fertig Ey, hier ist noch ne Quest, ne? Die hab ich nicht angenommen Ja, du bist ja auch schon höher, die dürfen wir noch nicht annehmen Achso, doch, Tassrils Hacke, ne? Äh, ja Ja, dann komm Hast du jetzt zwei Quests, ja? Jo Gut Ich hab drei Hast du gar nicht Doch Das ist ja doch nicht wie gesagt jetzt, ne? Töme Fatze Töme Fatze, ey Töme 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 Fatze Töme Fatze Töme Fatze Ja, Fatze Ich weiß nicht mehr Fatze, das heißt jetzt Fatze Mein Handy hat wieder ein neues Wort Also nicht erfunden, aber ein neues Wort draus gemacht Töme Fatze 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 ganzen add-ons aufgelistet. Wie hieß denn das add-on? NC Hover Name heißt es. Oh, ich habe Level ab. Hab ich was bekommen? Machtwort Schild. Das zieh ich mir auf die mittlere Maustaste. Geil. Looten. Ich mache hier gar nichts. Ich bin schon voll der Heiler, ne? Ich mache gar nichts. Erstmal Schild. Vorsicht, Cyber. Wir müssen hier lang. Hier. Nein. Hier ist die Hacke, ihr Spasten. Hör er nicht hinein. Doch. Hör er nicht hinein, wenn ich ja sage. Looten. Auf jeden Fall bis jetzt irgendwo weg ist, bis er wieder da ist. Dauert einen kleinen Moment. Mit der Joggen der brennenden Klingel müssen wir auch noch holen. Ja. Haps. Nein. Geht mein Heal-Bot eigentlich schon? Hab ich da schon was eingestellt? Machtwort Schild. Das war eingestellt automatisch. Komm, du scheiß Hacke, komm. Erkluden. Komm, warte. Wir haben den selben Stab. Der ist auch 50 mal größer als meiner. Wir sind Stabbrüder. Hat sich jetzt irgendwie eklig angehört. Jetzt gleich nach links. Nee. Doch. Ich gehe nach rechts. Nee, wir müssen, glaube ich, tatsächlich nach links. Wir können beides. Nee, ich glaube nicht. Oder? Ach, leid. Es gibt ja eine Höhlen-Map. Ja, wir müssen nach links. Tobi, komm. Komm. Da bist du ja ehrlich. Oh mein Gott, warum ist das so ein dünner Strich? Kann man da nicht einfach mit der Spitze rein donnern, Alter? Hey, wieso? War es doch richtig, oder nicht? Nein, guck doch mal richtig hin. Jo. Jetzt hab ich's gesehen. Früher gab es diese ganzen scheiß Höhlen-Maps nicht, ne? Du bist hier einfach rumgeirrt, bis du irgendwas gefunden hast. Mach ich trotzdem. Ich vergesse mal, dass die Monster jetzt alle gelb sind. Die waren früher mal alle rot und die musste man töten. Und die sind immer richtig schnell wiedergespawnt und dann musstest du sie nochmal töten. Gebt ihm jetzt Kante rein. Fertig. Das war ja richtig schwer. Also die Level-Rüstung ist schon OP, beziehungsweise die Waffe, die wir haben. Außer Tobi. Ja, aber ich hol Tobi noch die Waffe. Beziehungsweise ich geb ihm noch Geld dafür. Tja, aber er will ja sein eigenes Geld nicht ausgeben. Das hab ich schon jetzt ausgegeben. Hat er ja ausgegeben. Für? Hä? Für was? Äh, für die Brust. Oh. Für die Broscht. Und dann hab ich ihm den Rest von den Gilden Geld gegeben und von mir. Jetzt bin ich pleite. Aber ich glaub, ein paar Dailies und dann hab ich das Geld für die Waffe zusammen. Looten. Also bis jetzt macht Mario schon mal viel mehr Bock, weil er so richtig kurz Cast-Zeiten hat. Das ging jetzt zu manchen anderen. Ja, in der Frost-Magier hat generell kürzere Cast-Zeiten später, ne? Übrigens. Echt? Ja. Das ist n für'n... Der Feuer ist voll die lange, ne? Ja, ich glaub ja. Und Arkan geht's um mittelmäßig. Ich weiß nicht, ob ich auf Arkan oder auf Frost immer kann gehen. Also ich mag mal Arkan, aber du kannst natürlich auch Frost machen, wenn du willst.